Herzlichen Dank, Carlo Petrini, und herzlichen Dank auch an den Übersetzer, der das alles aus dem Italienischen für euch übersetzt hat. Wir wollen jetzt... Wir nehmen jetzt eure Energie auf und wandeln Sie oben im Protest, Daniel. Genau. Es ist schon Tradition, dass wir hier vom Kanzleramt einmal ein Bild schaffen, wie unser Protest die Politik, die jetzt hier gemacht wird, wegspülen wird, indem wir eine Protestwelle machen. Und diesmal sind wir so viele Menschen wie noch nie. Und ich möchte mal sehen, ob das klappt. Die, die schon mal da waren, ihr wisst, wie es geht. Kniet euch hin, alle gehen runter auf den Boden, alle gehen runter auf den Boden. Es ist ein Wahnsinnsbild für unseren Protest, was durch die Medien gehen wird. Wir werden eine Welle machen, also von hinten nach vorne aufstehen. Alle, kniet euch hin, so wie ich das jetzt mache, auch da hinten. Kniet euch alle hin, damit es wirklich von hinten bis nach vorne geht. Okay, super, ich sehe schon, es klappt. Ihr da hinten, auch noch runter, super, genau. Okay, und jetzt zählen wir alle zusammen an. Diese Welle ist Zeichen für unseren Protest, Zeichen für die Kraft, die wir haben, dass wir durchhalten. Und dass wir, die Politik, die hier gemacht wird, wegspülen werden. Wir zählen zusammen an. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Nun, von hinten geht es los, alle stehen auf und seien laut. Ja, wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Stop,etto. Yay, wow.